Hä? Was ist das denn? Ist das einfach ein Stift auf einem Baum? Nein, ich bin's und wir kommen zurück zu PikuNiku. In der letzten Folge haben wir ein riesengroßes Roboter-Schiff gesehen. Und wir werden nicht beobachtet anscheinend. Und hier, der Präsident of Sunshine Inc. hat uns besucht. Hat uns Geld regnen lassen. Und wir suchen ein bisschen danach, damit wir uns eine Action-Figure kaufen können. Was ist das hier eigentlich? Hier war ich noch gar nicht an dem Teil der Stadt, oder? War ich hier schon drin? Nein, hier war ich noch nicht drin. Der Ort, der sagt, das Haus nimmt mich ein bisschen an, äh, Super Mario Bros. X. Ich habe gehört, jemand in der Stadt versucht, eine neue Sportartams-Basskick einzuführen. Wenn du mich fragst, ist es ein demnicher Name. Ah, von dir kommt also diese, diese Aussage. Interessant. Das gibt's denn ja so nichts. Vielleicht hinterm Bücherregal. Welches Buch möchte ich zu lesen? Buch 1, Buch 2, 3, keines. 1. Buch 1, die Legende der Bestie. Im Berg ist eine Bestie. Geh nicht zum Berg. Ist echt wahr. Okay. Buch 2. Buch 2. Haiku über einen Vogel. Ein Vogel saß auf einem Baum. Vogel tanzte ein wenig. Baum lächelte. Alles dufte. Oh, geil. Jetzt will ich aber drei lesen. Finale. Buch 3. An Türen hämmern. Ich habe mal an der Tür gehämmert. Jemand war dahinter. Warum hast du an meiner Tür gehämmert? Tut mir leid, sagte ich. Schon gut. Hä, war nicht an Türen. Okay. Sorry, wollte ich nicht. Wollte hier nur raus. Ah, ist klar. Kann man hier runter? Hui. Ist das hier überhaupt irgendwas? Hm. Das ist ja nichts. Hallo. Der riesige Rabberter hat die Vögel verscheucht. Schätze, den fanden sie ziemlich gruselig. Aber jetzt kannst du die Seilbahn benutzen. Für Spaß. Yay, Seilbahn. Ich bin da nicht da. Hui, 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 hui. Eigentlich will ich da runterspringen. Juhu. Ah. Okay, hier unten ist gar nicht mehr so was. Obwohl, hier ist was. Secret. Tisch, tisch, tisch. Oh, mein Heimerort. Wurte jemand? Sorry. Was? Na toll, das ist ja super. Erst durchslusst du meditier, dann putzst du ohne einen geladen in mein Haus. Und jetzt ist der Teefusch. Der einzige Weg, den Tag zu retten wäre, mit mir Verschrecken zu spielen. Versuch mich zu finden. Finde die Verschreckenfelsen. Wahrscheinlich einfach nur ein ganz normaler Felsen. Voll offensichtlich. Oder? Wo ist er? Den werden wir auf jeden Fall noch finden. Hier ein Felsen müssen wir finden. Aber ich will nochmal hier runter. Weil hier auch so ein paar Münzen, die ich gerne ran würde. Ach, sag mir jetzt nicht, man kommt da nur ran. Man kommt da nur ran, wenn man da oben genau runterspringt. Alles klar. Und das Wasser hat auch nicht für irgendwas. Das bleibt nur ganz kurz da. Hm. Okay. Oh Gott. Warte. So. Jetzt. Yes. Ja. Nein. Ich bin gesprungen. Ich schwöre, ich bin gesprungen. Nein. Viel Spaß. Ist ja gemein. Alles okay. Denn. Komm mal ab. Yes. Geklappt. Wir haben 13 Münzen von 15. Wir wollen ja uns eine kleine keine Ahnung, eine Mio-Figur oder so kaufen. Unsere kleine Plüschtier. Und wir wollen es ja in den Shop gönnen. Oh yeah. Wow. 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 Juhu. Okay. Was gibt es hier? Neuer Ort? Neues Gebiet? Neues Gebiet. Erkunde die Welt. Aber sollen wir nicht eigentlich den Typen finden? Erkunde die Welt. Hm. Ich weiß nicht. Sollen wir ihn nicht finden? Ne. Ich schätze mal, wir können auch später nochmal hier zurück, wenn wir dann genug Geld haben. Ich schätze mal, dass das Restgeld ist hier hinten in dem anderen Abteil hingeflogen oder so. Ich weiß es nicht. Wir gucken uns mal um, würde ich sagen. Wäre vielleicht das Klügste. Was ist das denn? Das ist so ein Thron. Ohne Eichel. Bam. Zack. Yay. Ich kann die Eichel mitnehmen. Vielleicht muss ich auch auf die Eichel drauf, um an die Münze zu kommen. Yeah. Ich habe schon 14 Stück. Bam. Zack. Drücke in der Luft X, um einen Haken festzuhalten. Okay. Moment. Oh. Lol. Das ist cool. Gibt es hier irgendwas? Oh. Hier gibt es was. Juhu. Wir haben genug Münzen. Aber bevor ich zurückgehe, gucke ich mir erstmal noch ein bisschen hier um. Ah. Juhu. Ah, man kann nicht. Okay. Ja, ich würde sagen, oh ja Gott. Okay, komm. Gehen wir doch nochmal zurück. Weil, ich jetzt schon wissen will, wofür man diese Figur gebrauchen könnte. Vielleicht gibt uns das ja auch ein Neu-Quest im Ersten-Gebiet. Oder ist das Erste-Gebiet? Das richtig Erste-Gebiet war ja diese Höhle, wo wir geschadet haben. Aber die war ja so kurz. Zählt das dann überhaupt noch? Äh. Ah, kacke. Nicht geschürmt. Leider nicht geschürmt. So. Bim, bim. Spring hier hoch. Äh. Spring hier hoch. Hopp, hopp. Und dann ist hier der Shop. Hallo. Ich möchte gerne ein Spielzeug kaufen. Gerne kaufen. Billig, billig. Möchten Sie das Plüschmonster kaufen? Ja. Sehr schön. Ein Plüschmonster. Vielen Dank. Episch. Wir haben ein Plüschmonster. Geil. Bestimmt kann man damit irgendwo mit einer Story weiterkommen, schätze ich mal. Gut, aber mal jetzt erstmal weiter. Wollt mir nur kurz äh, stoppen. Aber was macht das denn jetzt hier? Guck mich hier hoch. Okay. Ja, wenn man es nicht schafft, da hoch zu springen, ne? Auch wenn das sehr, sehr einfach ist. Aber naja. Okay. Okay. Jau. Jihau. Jihau. Ach, da haben wir den Stein gebraucht. Damit wir hier rüber können. Wui, 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 wui. Oh, warte, Moment, 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 Moment. Da oben ist ne Wolke. Na, Gott, da kommen wir nicht an. Ich glaube, ich glaube, dass wir wollen kommen, ne? Aber ich kann mal rein. Oh. Boing, da kann man auch noch mal rein. Oder? Ich glaube schon. Moment. Boing. Boing, 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 zack, boing. Wollen wir jetzt rausgehen? Nein. Ach Gott. Zack, nein. Du hast noch richtig time. So, jetzt. Ach Gott. Ich kenne die Hitbox halt nicht. Nicht einfach ganz halt nicht geschaffen. Kannst du mir nicht sagen, dass es nicht ist. Da muss was sein. Und welche Rollen. Ah, ich hab's geschafft. Yes, ich hab's geschafft. Was gibt's hier? Okay. Ob's das wert war? Naja. Wie man's sehen will, ne? Nein. Ich fahr' ich wieder nur noch unten. Mal machen wir erstmal die Tür auf hier. Die Tür auf. Hallo. Abgesperrt. Verdammt. Dann geh' ich erstmal hier lang. Hallo? Ah, die Tür geht aber auf. Wann ist er gut? Juhu. Wow. Gut, was? Hallo. Zack. Nein, 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 nein. Oh, ich bin hier gelandet. Ich mein', immerhin, ne? Nein. Ach Gott. Ah. Man merkt, ich muss mit der Steuerung noch ein bisschen arbeiten. Sie ist nicht schlecht. Sie ist sehr lustig. Muss ich sagen. Ich glaube, wie das Spiel eigentlich. Bisschen lustig. Wuhu. Und let's go. Jetzt. Man muss das im richtigen Timing machen. Wir kicken mal die Eichel weg, dort. Da oben ist ne Münze. Oh, hier sind vier Münzen gleich. Juhu. Yeah. Zack, wir fallen hier hin. Und auf diese Blume. Gibt's hier was? Hm, sieht nicht so aus. Nein. Okay, komm. Machen wir einfach weiter. Gehen wir nach oben rechts. Ich glaube, da geht's momentan für uns lang. Ich wüsste jetzt nicht, wo wir sonst hin sollten oder hin könnten. Und dann kommen wir da hoch. Nein. Schade. Was? Oh, doch, wir können da hoch. Was ist cool. Können wir diese Blumen auffalten für ne kurze Zeit und dann können wir hier hoch. Aber wie kommen wir jetzt da hoch? Da kommen wir nicht hoch. Aber hier. Die, kommen wir. Ach, Beilung. Nein. Komm doch zurück. Bruder, mach nicht diesen. Oh. So was macht er also. Okay. Interessant. Yes. Okay. Für alle Münzen. Ja. Heiß. Schauen wir uns nicht wegfahren. Nein, ich bin hier hoch. Du bringst er mich hin? Zu dieser geheimen Münze. Yeah. Cool. Nein, Blatte. Bruder, mach nicht diese. Okay. Nicht so schlimm. Ja. Äh. What? Okay. Oh Gott. Sorry für die kleinen Lags gerade. Ich weiß auch nicht, von wo die kommen. Auf jeden Fall Entschuldigung dafür. Was gibt's hier unten? Woa. Oh. Hm, was? Hm, okay. Da können wir nicht lang. Können wir da lang? Yes. Die haben die Tür aufgemacht. Ah. Wir brauchen diese Eichel hin hochzukommen. Zack. Nein. Okay. Okay. Eichel, komm runter. Zack. Muss da draufstehen, Eichel. Ja, es hat's verschont. Gut. Cool. Warte, was? Was denn? Du, mhm. Du, mhm. Du, du, du. Okay. Du, 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 du. Ah, das bringt mich hier hoch. Ich dachte schon, das ist vielleicht was ganz anderes oder so. Da hab ich noch nicht lang. Ich wär's mal auf diese Wolke. Die bringt mich so Minzen, hoffentlich. Vielleicht. Die bringt mich Daten. Will ich gar nicht lang. Geh doch lieber zurück hierhin. X, 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 jetzt. Wow. Wow. Wie so ein Trampolin. Was? Sams, was? Sams Potteries. Wo kann man hier ja Pflanzen kaufen oder so? Blumenladen oder so. Na, ach so, nee. Vasen. Oh, Hallöchen. Willkommen in meiner Töpferwarengalerie. Ich bin Sam, die örtliche Töpferin. Diese Töpferwaren hab ich alle selbst hergestellt. Haha. Nimm dir ruhig Zeit dafür. Okay. Oh. Ups. Ups. Wollte ich gar nicht. Oh. Tut mir leid. Das war nicht geplant. Oh. Ups. Tut mir leid. Oh. Oh. Ach so. Sehen. Puppert Achievement. Ach. Na ja. Vielleicht. Töpferwein dazu bestimmt kaputt zu gehen. Ach nein. Das habe ich so traurig gemacht. Es tut mir leid. Da sind die wieder am Respawn, wenn ich... Oh. Moment mal. Was ist das hier? Sam, der Schleim. Profil. Cool. Tut mir leid. Ich wollte deine ganzen Waren nicht kaputt machen. Oh nein. Jetzt fühle ich mich schlecht spiel. Dankeschön. Deine Schuld spiel. Du wolltest ja unbedingt das tue. Was gibt es denn da unten? Da habe ich jetzt kurz lang. Ist kaputt. Oh. Münzen. Bim. Badiu. Badiu. Und. Wir kommen wieder hier dann. Okay. Mal kurz gucken. Was haben wir denn? So werden wir so ein Monster. Vielleicht können wir irgendwas damit anfangen? Nein. Apfel können wir abgeben. Aber wir brauchen noch einen dritten Apfel. Einen haben wir schon abgegeben. Allerdings gibt es noch... Das war jetzt der zweite. Und anders ist es immer noch einen dritten. Welchen bin ich haben? Und wir auch nicht wissen, wo der sein könnte. Den müssen wir auf jeden Fall noch suchen. Zack. Oh, Moment. Mir fällt was auf. Zack. Dann vielleicht von hier. Irgendwie da lang. Wow. Nein. Da war eine Münze. Ach komm. Das ist doch gemein. Das ist jetzt nicht nett. Das ist unfair. Ach komm. Was jetzt? Wo bin ich hier? Oh. Oh. Nichts. Das Gebiet. Ging ja schnell. Tatsächlich. Erkunde die Welt. Okay. Ich hoffe, wir können noch mal zurück später. Nicht, dass ich jetzt schon alles versaut habe. 100% impossible oder so. Das wäre schon blöd. Muss ich ehrlich sagen. Ach komm. Ich schiebe die Dinger halt ein bisschen auf die Seite. So. Ja. Nice. Wir sind hier oben. Moment. Was jetzt? Oh. Den Sprung schaffe ich sogar. Aber hier gibt es nichts. Alles. Für nichts. Münze. Yay. 29 haben wir von denen. Fast 30. Oh. Man kommt hier hoch. Aber hier ist nichts. Wieder mal alles für nichts. Ja. Ja. So. Schön aufpassen. Oh. Moment. Wortwürdig sogar aufpassen. Das war jetzt gar nicht geplant. Baaaaaah. Was war knapp? Dieser Roboter fährt den ganzen, den gesamten Wald. Was für ein Penner. Und jetzt sitzen meine Freunde fest. Geh und rette sie. Hilft ihnen. Selbst für, äh, festsitzenden Dorfbewohnern. Ah. 1, 2, 2. Meine Freunde sitzen in den Bäumen fest. Unternehmen wir es. Okay, sehr gut. Sehr gut. Kräft den Baumstamm zu stehen? Nö. Natürlich nicht. Warum auch? Achso. Ja. Geht auch. Wo kann ich fragen, wo der drauf steht. Aber der liegt da da. Zack. Bidum. Neu. 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 Was ist das hier? Ah. Hilfe. Da braucht wohl jemand Hilfe. Müssen wir wohl ein bisschen drehen. Ja. Sonst kommen wir nicht weiter. Drehen wir das mal so. Okay. Aber das ist dafür. Er reicht. Reicht schon. Oder? Reicht das. Ach Gott. Ach Gott. Moment. So. Dann komme ich hier hoch. Dann müsste ich hier hochkommen. Yes. Okay. Ganz vorsichtig. Ich möchte nicht runterfallen. Bisschen mehr auf die Seite nicht zu viel. Oh Gott. Nein. Nein. Jetzt. Habe ich da hoch? Nein, noch nicht. Nein. Ist mich wieder runtergefallen. Das gibt es noch nicht. Okay. Was macht das? Das bewegt die Plattform hier. Der wie hier hochkommt, der wird zack machen können. Und dann ist er frei. Ah, das hat mich gerettet. Danke, der blöde Roboter hat mich überrumpelt. Ich dachte schon, ich würde nie von diesem Baum runterkommen. Kein Ding, Mann. Hilft den Sätzen. Okay. Okay, was jetzt? Ich meine, jetzt gibt es irgendwie hier nichts mehr. Dann machen wir mal weiter. Hui. Hä? Dieser große Felsen verschwört den Weg. Dann ist er trampeln wie ein Marai. Pass auf! Warte, was? Wie ist das Ding gerade explodiert? Oder was ist von den beiden überhaupt explodiert? Ich bin verwirrt. Gibt noch nichts Besseres als meine explodierenden Tannenzapfen, wenn was Großes zerstört werden muss. Gut, einer wäre gerettet. Eine fehlt noch. Okay. Weil explodierenden Tannenzapfen. Interessant. Ey du, hilf mir hier runterzukommen. Okay, ich versuch's. Boing. 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 Nein. Ich war zu fäulig. Sad. Boing. 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 Na, das geht nicht. Wir müssen jetzt mal hier hoch. Und dann, was machen wir hier mit? Adam, damit drehen wir das Ding. Ja, passt. Dann kann ich hier hoch. Dann komm ich aber nicht da lang, oder? Nein, das war mir nicht. Das habe ich niemals. Oh Gott. Was wird das denn hier? Na, na komm. Äh. So, müsste reichen. Hier hoch. Oh Gott, das ist nicht ein Ernst. Da spring ich jetzt nicht runter. Ich hole dich gleich. Das ist ne Eule. Was macht denn die da? Ey Eule, wach mal auf. Wow. Ich kenne dich nicht, aber das mich gerettet. Vielen Dank. Gerne doch. Begib dich zum Treffpunkt. Ja, Moment. Ich hole mir noch kurz diese. Coin. Nein, nein. Ich habe aus Versehen nicht A gedrückt. Im richtigen Moment. Okay, jetzt aber. Ah. Yes. Ah. Im Charakter sagt auch schon A. Oh, nice. Jung. Ring. Wo bin ich eigentlich? War ich hier schon mal? Nee, oder? Ach, hier sind wir. Och. Moment, aber ich kann auch so machen. Ja, war's klar. Schade. Warte, vielleicht kann man das Eichhönchen austricksen. Lass mal respawnen, oder? Respawnen ist? Vielleicht, wenn ich weiter weggehe. Ich romm mal wieder hoch. Ja. Ach. Ach, keine Ahnung, ob das geht. Machen wir weiter. Gut. Die Truppe ist vollzählig. Lass uns jetzt noch zurückkehren. Oh, Mann. Oh, Mann. Der Roboter ist doch da. Was können wir tun? Ich hab eine Idee. Hey, du. Ich? Was gibt's? Danke für deine Hilfe. Würdest du dir was ausmachen? Würdest du dir was ausmachen? Noch eine letzte Haffel zu erledigen? Hier. Tritt einfach das Ding weg. Aha, super. Psst. Was? Er wirkt nützlich. Vielleicht kann er uns helfen? Ganztags oder so? Hm, ich weiß nicht. Wir kennen weder ihn noch seine Motive. Vielleicht können wir ihn auf die Probestellen sehen, wozu er wirklich in der Lage ist. Hm, war so gut. Hey, du wirst erstes bereit. Vielleicht interessierst du dich für unsere Organisation? Triff uns doch im Club. Begib dich zum Club. Das machen wir dann in der nächsten Folge. Und ich würde sagen, ich lass es mal wirklich mit diesem Hut. War ein bisschen genug jetzt.